Spannende Themen, hochkarätige Vortragende und das alles an einem Tag, an einem Ort. Das ist die TEDxVienna, die am 1. November im Volkstheater in Wien Station macht. Was aber ist die TEDxVienna genau? TEDxVienna ist ein Katalysator für Ideen. Das heißt, wir bringen neue Ideen, innovative Projekte auf die Bühne und wollen das einerseits die Community in Wien, natürlich damit sich das mit auseinandersetzt, andererseits aber natürlich auch die ganze Welt, die Talks nachher online anschauen können. Nach dem Riesenerfolg im vergangenen Jahr werden auch heuer wieder an die 1.000 Besucher erwartet und diese können sich auf viele Highlights freuen. Es wird ein sehr intensiver Tag, es wird ein ganzer Tag. Wir kommen schon in der Früh her, haben Sessions mit ungefähr 20 Speakers, nationale und internationale. Unser Thema ist Brave New Space. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir neue Bereiche erforschen, gemeinsam entdecken, auch Sachen hinterfragen. Ein Team von 50 Ehrenamtlichen und zusätzlich 80 Freiwilligen am Konferenztag sorgen dafür, dass bei der Veranstaltung alles funktioniert. Die Vorbereitungen der Non-Profit-Organisation laufen aber schon sehr lange und sie sind äußerst intensiv. Sobald die vorbei ist, beginnen wir mit dem nächsten Jahr. Was das Thema angeht, die Location angeht, welche Speaker wir einladen möchten, also wirklich ein Prozess eines ganzen Jahres. Man muss dazu sagen, das komplette Team arbeitet auf einer freiwilligen Basis. Das heißt, alle 50 Leute, die dabei sind, arbeiten ein ganzes Jahr lang, damit wir dann das auf die Beine stellen. Wer Lust bekommen hat und am 1. November noch dabei sein möchte, die ganzen Infos dazu gibt es unter www.deadexvienna.at slash bravenewspace www.deadexvienna.at www.deadexvienna.at Vielen Dank.